Ich guck mich mal hier weiter um. Oh lol. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so groß ist. Gerade, wie gesagt, weil man beim ersten eigentlich wirklich nur die ganze Zeit Bilder gemacht hat und bewertet wurde. Und dann halt in verschiedene Sachen aufgestiegen ist oder abgestiegen ist. Zum Beispiel von der Straße in ein kleines Atelier, vom kleinen Atelier zurück auf die Straße oder in ein Designerbüro oder, oder, oder. Falls ihr das Spiel noch nicht kennt, also den ersten Teil und hier zufällig zuguckt, dann checkt doch gerne nochmal den ersten Teil aus. Habe ich hier auf dem Kanal auch Let's Played. Ja, ein bisschen Eigenwerbung ist erlaubt, würde ich sagen. So. Hast du schon meinen luxuriösen Kunstladen besucht? Meine Collection ist durchaus sehr beeindruckend, wenn ich das mal so sagen darf. Kunstladen? Ich bin dafür verantwortlich, dass die feinsten Kunstwerkszeuge in die Hände der feinfühligsten Künstler finden. Und so hat es meine Familie für Jahrhunderte getan, selbst noch bevor wir unser Heimatland Pennsylvania verlassen hatten. Lebe wohl, dann gucken wir mal, wie teuer die Sachen sind. Da muss ich wohl hasseln, wa? Okay. Okay. Laden. Okay, Leinwände. Oh boy, wir müssen arbeiten. Ich meine, wir können uns noch eine Sache leisten, aber das ist halt auch interessant. Okay, ich kaufe das. Und ich muss unbedingt hasseln. Leinwände lasse ich erstmal noch. Was könnte ich da mal austauschen? Den Wachsmaler gegen das. Okay. Okay. Ja, okay, wir müssen wieder hasseln. Wir müssen arbeiten. Drum würde ich sagen, mal gucken, was die Leute zahlen. Okay, Zufriedenheit. Könnte ich ja hier theoretisch verkaufen, oder? Warte. Mal gucken, ob die mir Zufriedenheit abkaufen wollen. Schrecklich. Eine oberflächliche Verschwendung vom Platz. Schade. Okay, dann gucke ich mich hier erstmal weiter um. Und ich merke schon, wir müssen hier noch weiter malochen. Wir brauchen noch Geld. Oh mein Gott, ist das Spiel groß. Sehr viel größer als erwartet. Also wirklich sehr viel größer als erwartet. Kann ich durch den Schlamm laufen? Ja, ich kann. Lustige Taxis. Oder Taxen. Ja, schön hier, ne? Würde ich mal so sagen. Theoretisch sollte er da jetzt alleine hinlaufen. So, was hast du uns zu erzählen? Ich hatte eins mit Picasso zu Mittag gegessen. Er hat gesagt, dass er meine Macron geliebt hat. Chateau. Oh, ich bin nur eine herkömmliche Kunstliebhaberin. Lebend in meinen bescheidenen Schaut, weiß ich nicht. Zu Hause. Einige nennen uns die Elite. Und naja, sie liegen nicht falsch. Aha, wir behalten die meisten Stücke unserer Kunstsammlung im Museum. Wir wollen ja nicht, dass sie durch glotzende Augen ihren Wert verlieren. Bis zum nächsten Mal. Ich probiere auch dir das mal anzudrehen. Vielleicht ist ja Interesse da. Ansonsten muss ich wiederkommen. Es könnte noch etwas mehr Extravergans gebrauchen. Alles klar. Ich merke schon, ihr seid hier sehr verwöhnt. Na, wenn das so ist, müssen wir wohl wiederkommen. So, dann haben wir noch einen Toasterauftrag. Aber eigentlich will ich Geld machen. Damit ich bald an meinem Meisterwerk arbeiten kann. Kann ich nicht einfach hier unten hinklicken und der läuft da hin? Nein. Da hin? Ja. Ja, da machen wir mal das Toaster. Ah ja, stimmt. Da war ja was. Du wolltest ja auch noch mit uns quatschen. Ja, lol. Was gibt's, lol? Irgendwas stimmt ganz und gar nicht mit Hope. Hope? Ich weiß, dass du ihr versucht hast zu helfen, aber es hat nicht funktioniert. Gestern, da habe ich es gesehen. Es war beinahe, als wäre die Seite ihres Mundes kurz nach oben gezuckt. Und manchmal fängt sie sogar an zu singen. Und um Gottes Willen, sie ist ein Nihilist und ich mag sie oder so. Ich werde dich mit ein paar Leinwänden belohnen, die ich gefunden habe. Wenn du ihr ein super nihilistisches Bild zeichnest. Eins, was sie daran erinnert, was wirklich wichtig ist. Eins, was sie wieder zu Hope werden lässt. Ja. Okay, super. Je düsterer, desto besser. Bring es zu Hope, sobald du fertig bist. Und wir werden sehen, ob es funktioniert. Ja, okay. Okay, dann opfere ich dieses billige Papier dafür. Und mache dieses billige Papier schwarz. So. Probiere dann diesen Pencil aus. Okay, man kann da auf jeden Fall feiner mitzeichnen, habe ich das Gefühl. Oder auch nicht. Das täuscht. Michelangelo's Silberstift. Ist das auf jeden Fall. Oder du selber fest. Ich kann mich nicht nur auf jeden Fall fest. Du bist auch 1960. Du bist jetzt. Du bist nur weg. Du bist bist nicht mehr so. Du bist auch nicht mehr so. Das ist das ganze Wasser. Du ist es. Du bist 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 nicht mehr so. Du bist eigentlich kein Mensch. Entschuldigung Ich hab doch keine Ahnung So Ja, dann würde ich sagen Geh ich mit dieser komischen Abstrakten Kunst auf Blix im Papier Richtung Hope Irgendwie, wie gesagt, irgendwie interessant Dass das Spiel halt quasi Quests und so hat Andererseits Mochte ich aber auch dieses Simple vom Ersten Teil, aber natürlich kannst du das Bei dem Spiel jetzt nicht mehr unbedingt bringen Weil du brauchst ja schon Verkaufsargumente, es gefällt mir aber tatsächlich Okay, hier Das stimmt nicht mit dir, äh mit mir Mein ich So, hier Pechschwarz Das ist so düster Ich fühle Ein nihilistisches Nichts Ich glaube, ich bin vielleicht endlich Von meiner Krankheit befreit Okay, aber eigentlich ist es mir ziemlich egal Geh und sag lol Danke Oder so Es spielt keine Rolle Kann ich eigentlich auch selber Bilder verbrennen? Nicht Okay Gut Dann Wandern wir mal wieder So, lol Warum kümmere ich mich überhaupt darum Was passiert Ich meine Was auch immer Und so, aber Yeah, was? Es hat geklappt Oh, super Also Die Anbelohnung Hier sind die drei Leinwände Von denen ich dir erzählt habe Wenn dich wer fragt, wo du die her hast Äh, nicht von mir So Gott Jetzt würde ich dann gerne noch Eventuell mal keine Quest bekommen Da wir noch eine Quest offen haben Die ich jetzt gerade mal machen würde Diese Toast-Designer-Geschichte hier So Oder Schredder war es Meinetwegen So Da kommt natürlich wieder mein Lieblingswerkzeug zum Einsatz Oh, Junge Da hat sich einer die Hand ganz mies verletzt Darum das Design Darum ist es das Design Damit kann man nämlich so lustige So lustige Schockwerbung machen Was für Schredder Fleischer 3000 Oh Fleischer 3000 So So Natürlich könnte man das cool design, aber Ich finde es lustig So, Bobby Okay Wie geht es mit dem Papierschredder-Design voran? Zeig Design Ein wenig mutiger als erwartet Vielleicht ist das ja gut Gute Arbeit, mein Freund Ich habe eine Werbetafel vorbereitet Für riesige Werbung Jetzt musst du da Nur noch Schwung reinbringen Ich werde es gleich hier zusammen mit deiner Bezahlung aufhängen Bis du mit dem Design fertig bist Aha Die Werbetafel steht direkt neben Belforts Investmenthaus Geh und bring den Schwung gleich mit Da Ja Ja Pass mal du Du bist ein bisschen zu weit gelaufen Heavy Duty Schredder Und hier kann ich jetzt auch noch rumgestalten Hehe Nee, nicht am Design selbst Schade, dass man die Kanten nicht anmalen kann So So Das ist das blutige Etwas Fertig So sehr kann man sich halt damit verletzen So Dann gehen wir nochmal zurück So Das Poster Ist es fertig Denkst du Das wird sich verkaufen Es ist vollbracht Ein interessanter Bruch Von der herkömmlichen Werbung Riskant, aber interessant Wie versprochen 750 Euro Angenehm mit dir Geschäfte zu machen So, gut Theoretisch Wollt ihr irgendwas von uns? Nein Nein Nein, das wollte ich doch gar nicht Nein Oh Wenn du aus der Sehne da drauf kommst Wenn du laufen möchtest Also theoretisch Haben wir jetzt keine offene Quest mehr Richtig? So, so muss ich jetzt erstmal wieder Geld verdienen Mein Meisterstück kann ich jetzt noch nicht so Anfertigen Das funktioniert nicht Also Ja, dann können wir die Mir egal Flagge ja schon mal Verkaufen Und auch Zufriedenheit So Dann holen wir die Skizze raus Ich will es Ach, das Bild Ja, okay Wenigstens weißt du unsere Flagge zu schätzen Aber du musst ja ganz schön viel Taschengeld kriegen Holy moly Okay Oh, oui, oui Exakt und natürlich Wie eine gute Mahlzeit Nö Dafür kriegst du das Bild aber leider nicht Tut mir leid Wenn er seine Skizzen wegwirft Und wir daraus was Neues machen Finde ich das mehr als okay Okay Die Farben auf der Leinwand Treffen genau ins Ziel Na, gönn dir Oh, da kommt der reiche Adel Angeschissen Und wie gesagt Wenn er seine Skizzen wegwirft Dann reinterpretiere ich Dinge Und mache da Geld draus So Mache ich das So Das Scratchwerkzeug Zum Scratchy 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 So 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 Einfach schön Wie wir hier rumremixen Skizze Franke Re Ich mache wieder Re Für Remix Einfach so So Schön Wie gesagt Dann wirst du erstmal wieder Geld verdienen So Dann nehme ich mal das Richtig frustrierend Nichtssagend Okay Was malen wir denn mal Ich liebe Ich bevorzuge etwas Das ein wenig mehr Ruhig und cool ist Ruhiger und cooler geht ja fast schon gar nicht mehr Das ist schon der Shit Der absolute Shit But Und So So